Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Repentance. Heute geht es rein in den Isaac-Aal und ich habe noch keine Ahnung, was ich mache. Entschuldigt die Nebengeräusche, aber ich habe es mal wieder geschafft, mich zu verletzen. Was machen wir denn jetzt? Machen wir mal mit Bethany den, äh, ne. Ihr wisst. So, dann wollen wir mal, dann wollen wir mal schauen, ob das hier was wird. Ah, gestern super gut, gestern auf einem Freitag. Schön unterwegs gewesen mit dem Rad und habe mich dann richtig schön gemauelt. Ast rein. Habe richtig schön hier... Äh... Dingens. Hier, wie heißt denn das? Rippenprellung, ja. Wunderbar. Richtig gut, ey. Üh... Naja, machst du nichts? Ist halt so, ne. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Okay, immerhin. Trottel. Wow. Ui. Uiuiui. Uiuiui. So, 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 so. Uiuiui. Nein, was hat er mir jetzt geklaut? Spider... Mord. Okay. Schade. Bin ehrlich, hätte ich gern behalten. Äh. Du, du, du. Du. Du, du, du. Du Loser. Not this magnet. Gut. Letzte Runde. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hm. Hm, hm. Ah, klar. Äh. Hey. Gut. Nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Ah, ich kann... So, den. Los. Piu. Gut, 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 gut. Gut. Hä? Das Spiel ist kaputt. Oh Gott. Nein, ich hab keine... Oh, shitty. Hä? Okay. Versteh' ich nicht, aber okay. Ich brauch' ne Bombe, Leute. Ach, komm' schon. Nee. Scheiße, die Wand an. Halt, halt, halt. Ah, du blödes... Mach' mich jetzt nicht schwach hier. Mach' mich jetzt nicht schwach hier. Okay. Das ist okay. Das ist nicht okay. Ähm... Ähm... Ja... Äh... Toll, ey. Naja. Mach's dir nichts. Okay. Äh... 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 Ja, ja, gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Leben ich habe. Mist ist es doch. Oh Gott. Oh, da muss ich nur Soul Hearts und ich bin so verwirrt. So, scheiße. Ja, du auch so. Gut, 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 gut. Nicht gut. Okay, okay, ich lebe noch, natürlich, ich lebe. So, spirit of the ice. Geh weg. Stieb woanders, bitte. Genau, gut. Das ist ein bisschen suboptimal, ne? Ich bin gerade ein bisschen schwach auf Beine hier. Oh, dicker. Hä? Warum? Na, klar. Das muss auch. Oh, man. Oh, man. Ja, genau. Dig mal. Geh weg. Ach. Oh Ich dachte, ich krieg was... naja. Ja, dann probieren wir es mal. Das ist gut. Do-do-do-do-ba-da-da-do. Bleh. Ah, hier war. Geht kaputt. Komm schon. Stirb, Darling, stirb. Und... Gut. Gut. Halt gut. Könnte besser. Ja, wir gehen aber einmal so. So. Schade. Ja, wieso ist das schon wieder ein Champion-Gegner? Komm schon. Gut. Jawoll. Huch. Huch. Shit, ich hätte... Ich weiß, es ist crazy, aber lasst mich ausreden. Scheiße, die spawnen keine kleinen Viecher, ne? Hm. Hm. Ich habe starke Schmerzen. Okay. Weiter, weiter. Weiter. Ich habe starke Schmerzen. Mir fällt gerade was ein. Da kann ich ja den hier machen. Gut. Oh, Baby, bitte. Uh, Baby. Du, 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 du. Ja, klar. Fuki. Okay. Oh nein! Hihi, 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 hihi Warte mal Oh mein Gott Nein Oh, warte, ich hab's, ich kann's noch mal Oh shit, das war nur ein Champion-Gegner Oh what Was kommt denn jetzt? Dicker Ja, das war's jetzt Das ist ja super OP Mmh, 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 mmh Komm, get out my coin, okay Okay Vorsichtig, hallo, heiß und fettig. Ich brauch das. Da kann ich das sogar wie... Ey, das ist doch verrückt. Nein. Oh. So. Gut, das war jetzt nicht geplant, aber... Gut, das war jetzt auch nicht... Oh, jetzt nervt nicht. Nervt nicht. Die, 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 die. Die, 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 die. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, jetzt hab ich ihn wieder. Oh. 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 lief gut, ne war wirklich gut, super, geil ne, auf noch mehr Speed will ich jetzt nicht verzichten hm, ladadie und ladada oh 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 Okay. Das war leicht. Okay. Äh, ja. Ja, ja, ja. Hands is... Intu... Intuosant. Was haben wir noch? Nichts. Okay. Gott, er erschreckt mich doch nicht so. Och, dicker. Äh, ja. Äh, ja. So. Äh, ja. Ja, genau. Speedball hier. Äh, Growth Hormons. So, das wollte ich haben. Äh. Und dann können wir auch... Ich hasse ihn so sehr, ne? Toll, eine falsche Bewegung und... Oh, doch nicht. So ein Kacki, ey. So. Gut. Geile Nummer. Gucken wir mal hier. Ah, ja. Soll ich mal... Keeper's Sack. Ja. Ne. Auch. Obwohl, wir können ja mal eben kurz, äh, das Büchlein... Eben berühren, du. So. Du bleibst da. Für immer und ewig. Ich... So, ich war hier ja schon im... Job. Äh, im Angel Deal. Brauch ich ja nicht nochmal. Das wäre dumm. So. Zweif. Ei, ei, ei. Nee. Nee. Okay. Ich wusste es. Hey. Du Hund. Okay. Ja, ich sollte aufpassen auf mein auf mein Slife, ey. Shit. Oh Gott. Tun Sie dies nicht, Mister. Bitte. Easy. Äh, ja. Nein, ach Kacke. Konzentration. Ui. Ui. Hier habe ich mir das Gefühl, dass ich gar nicht das kriege, was ich möchte. Das finde ich doof. Ja. Hm. Ah, das ist ja, das ist schwierig, weil, wenn ich jetzt in den Angel Deal gehe, also hier hoch. Ich muss ausprobieren. Okay. Okay. Ich brauche Life, ey. Wrench ist, glaube ich, ganz gut. Mhm. Nee. Ups. Die können die verschwinden lassen, ne? Ja. Oh, Dicker. Jetzt ist mal gut gewesen hier. Nicht? Fick dich, Spiel. Fick dich. Da habe ich gar keinen Turn drauf. Was war das denn für eine Scheiße? Oh. Gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, The Binding of Isaac Repentance. Bis dahin. Habt eine schöne Zeit. Gehabt euch wohl. Und... Tschau, tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau.